und wir sind zurück mit einer neuen Folge der Geld mit dem TGW es ist sogar jetzt schon die zehnte Folge es ging es auch schnell um die zu mir in drei Tagen aufgenommen oder zwei Wolle er was haben wir nicht zwei Wolle haben wir nicht jetzt sagen ich würde sagen dass es mal wieder typisch ich muss mich in kurzem Katzen der Bieter Kuh ich dachte ich brauche mich kurz ein damit du nichts hast Fackel und er geht sowieso vom Server ich nicht äh dauert mir nicht zu lang also bis gleich und wir sind zurück und ich hab's glaube ich das erste Mal verschießen äh ist egal gut wir brauchen nur Redstone oder? dann kommen wir schon mit also ich hab schon anderthalb Stacks ja ja geh halt hier du bist blöd wo waren wir denn noch nicht da hinten warte und zurück warum da war Redstone das wasser du brauchst das wasser schlag mich einmal du bist tot nein du bist dann tot aber da bin wahrscheinlich nicht wie recht du doch wo bist du jetzt hin immer noch da warum holst du ja nicht die kohle bist dumm wir brauchen kohle du könntest da gleich wieder wasser hin machen wegen dem eisen das erste gescheite was er sagt ich wollte mal die kohle der server erlegt warum geht das wasser nicht gescheit weg geht doch also irgendwie raste ich gleich aus wenn das so weitergeht mit dem server hallo ich habe hier wasser eingesetzt warum verbreitet sich das nicht was andere was da ist das brauchen wir nicht dass da ich weiß nicht wie das heißt ich hole mir mal eins das heißt ferius genau das brauchen wir nicht kann man sich nämlich nicht wirklich was draus machen scheiße kaputt ja hast du noch eisen ja aber kein gebranntes ach so ja das hätte ich mir das ja denken können aber ich habe ja heute deshalb habe ich ja gefragt ist dann logisch das ist in die eisenbahnen meine so der server leckern gerade und übernehmen bisschen aber stämmer den Ofen hin habe ich eigentlich er da ist ein Krippern okay ich wollte Krippe zu schnellsten umfangen wird er da rechts ist noch Prozent wo auch das ist schon da man hat das gedauert bis endlich in die Luft gegangen ist bei mir da ist auch Redstone schön Skelett ich höre die ganze Zeit an Slime ja dann ist das vielleicht das Slime was ich höre aber wir sind hier nirgendwo in der Nähe von ach so ja vielleicht ist hier irgendwo ein Slime Dings verdammt ich wollte den Ofen hinstellen ne ja wo ist das Redstone da hinten ich hole mir noch schnell das Gold hier denn Gold ist Diamantenwert ja Aua du hast recht gehabt mit dem Skelett nur cool ich habe immer recht wenn er weiß dafür muss ich dir mal wieder helfen ist es mir ja ich habe mich verarschen ich gebe sofort den Minium um habe ich denn nicht eingesammelt als da gestanden habe das ist ein kann jetzt bitte der Ofen haben aus ausrasten könnte ich da wieder als 6 hinter dir warum ist der Kreative gegangen nein ich habe kein Holz nur Sticks ja dann gib mir einen Stick bitte einen nein zwei und bitte die Workbench die wir nicht haben natürlich habe ich eine Workbench ich habe eine Workbench wir sind im Arsch ich höre auch den Slime irgendwie und du weißt was ich mache jetzt mal die Slime Chunks an macht man die an macht man die an da ist so Schleim Chunks das sind keine das geht wahrscheinlich auf dem Server nicht egal ich höre ein ich war nur bis das das bis die letzte Kohle da ja weiß ich du kannst doch einmal das Redstone holen ich hole gerade Kohle oh sorry es musste sein das sind Diamanten ja ich weiß ja aber macht's jetzt was daran ich konnte mich doch jetzt nicht umbringen lassen sorry wenn ich es gecheatet habe aber so dass ich bin in Kreative gegangen um hier wieder raus zu fliegen sorry das ist so das ist so ein Reflex das mache ich im das mache ich im Survival Mode guck mal echt leid man jetzt habe ich ich habe mir doch vorgenommen nicht zu schieten die ganze Zeit er ist egal jetzt kommt wenn du kannst du dir jetzt endlich das Rest der Vorwürste ist und sich ganz dir ist was ich habe kein Wasser verstehst du wer ist noch Nikolai falls du das brauchst er ist ja kann ich liegen lassen ich würde sagen wir machen uns dann jetzt mal eine Diaspitzhacke damit wir uns ein bisschen ein bisschen ein bisschen Obsidian mitnehmen können oder lassen wir das hör auf geh weg geh weg geh weg geh weg da war ich zuerst na und ich habe es noch mal gesehen na und geh weg bitte das ergibt ja kann sie ok warte warte das sind zwei Stück eins du eins ich jetzt wäre ich fast in die Lava gelaufen das kriege ich jetzt weiß nicht einmal was das ist das ist Lappes Lazuli oh mein Gott das brauchen wir ja unbedingt ja das ist hier viel wichtiger als in in dem ganz normalen merkt man nur wieder dass du keine Ahnung hast ja wie oft noch verpflichtet ich heiße ich hab keine Ahnung allein schon für den Ort wie du mir immer am Ursch gehst damit allein schon eine Ahnung allein schon ein Lapp dafür braucht Ahhhh Obsola da war ein Creeper ja danke dass du mir das so schön gesagt hast ich dachte du wärst da unverschämt das war knapp wo bist du jetzt wieder hier hast du die Workbench mit nochmal? ja gut ich muss mir schnell einen Eimer machen bitte ok ich mach mir deine Diaspitzacke oder soll ich das nicht machen denn das sind ja unsere Dias das da brauchen wir auch nicht da kann man sich nichts draus machen bleibst du es da oder? was? also soll ich meine Diaspitzhacke machen? mir ist wahrscheinlich ja wir wollen ja ins Netta du hast ja gesagt wir du willst nicht dass wir in das andere da gehen ja? ja na was wollte ich machen? einen Eimer ja genau das brauche ich nicht ich brauche nicht gravel ja werf es mir so hin dass ich das einsammeln muss wenn ich die Workbench wegnehmen will ich wo ist jetzt Wasser? wo ist jetzt Wasser? wo ist jetzt Wasser? Geh weg bitte bitte ja ich hab ein Minion Stein boah du bist super ja ich hätte eigentlich ja schon zwei gehabt wenn du mir die nicht geklaut hättest hier ist Wasser hier ist Wasser warte noch kurz 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 ja hast aber Glück gehabt warum läufst du nicht hier lang? oh oh ja jetzt greift es mich an super weißt du warte noch kurz alles ah bin jung Das wollte ich mir grad holen. Deck mir mal bitte kurz den Rücken. Ich hab nämlich nur noch dreieinhalb Herzen. Und ich hab die Diaspitzhacke. Ja. Also wär's würd, wenn ich jetzt sterben würde. Und nicht nur ein bisschen. Aber auch im Gescheh sogar. Ja, dann wären zwölf Dias weg. Ja, damit etwas Glück bleiben, ein paar übrig. So, wo ist denn jetzt, äh, wo bist du wieder hin? Wo bist du hin? Wo du hin bist? Ich komme zu dir. Bleib dort stehen, bitte. Wo denkst du? Ah, da. Oh, warten wir mal. Ich hab keine, ich hab keine, äh, Dings da mehr. Wart kannst du, Leute. Da ist ein Zombie, pass auf. Ja, komm, lass. Wo ist der Slime denn? Da vorne. Wo ist da vorne? Da ist ein Skelett. Ah, ich denke, ich hab das Haken. Was machst du denn? Ich hab das ganz abgebekommen. Ich hab keine Fackeln mehr, es ist nur noch welche. Ah, es ist ja. Ich hol mir das Skelett. Aua. Natürlich nix, typisch. Ah, da ist noch ein Skelett. Ja, immer noch, nur einer. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal irgendwie wieder raus aus dieser Höhle. Aber geh mal noch, geh mal noch da lang, da war man noch nicht. Ich hab aber keine Fackeln mehr. Hast du noch welche? Nein, hast du es, Dings? Ja. Ja, dann... Warum machst du da keine Fackeln? Weiß ich nicht. Das war die mit den Diamanten, die du leider bekommen hast. Was wollte ich jetzt? Fackeln, genau. Zeig's mir doch. Hör auf! Was denn? Oh, ich dachte, du haust mich grad tot, ey. Äh, hinter dir. Was denn? Haha, das ist vor mir. Hinter dir war ein Skelett vor dir. Vor mir, ein Zombie. Minium. Was Minium? Ich hab Minium gefunden. Von dem Skelett, was ich von dir abkalken hab. Ja, und der Zombie hat natürlich nichts getrocknet, ne? Wir sind schon recht weit oben, denn hier ist wieder Kopper. Boah, diese... Fledermäuse? Ja. Okay, die Diamanten finden wir jetzt nicht mehr auf der Höhe, wahrscheinlich. Hm. Das ist nicht wahrscheinlich, das ist hundertprozentig sicher. Gut. Okay, hast du einen Lava-Eimer? Nein, ich hab nur einen normalen Eimer. Denn ich brauch endlich mal, äh, Obsidian. Bevor wir Obsidian haben, geh ich nicht raus. Und bevor wir keine Obsidian haben, meine ich. Da hinten ist Obsidian. Oder? Nein, das war nur Wasser, Entschuldigung. Tja, hättest du erst einen Lava-Eimer. Dann wird das aber zu Stein werden, oder nicht? Nein. Oder doch. Ach, keine Ahnung. Ich, äh, sorry, ich wollte das hier abbauen. Und dann bist du deinem Weg rumgelaufen. Da ist ein Creeper. Unten. Ich höre eine Spinne. Nicht ein Creeper, ich sehe. Ich hab mich verarschen, warum ist er so schnell in die Luft gegangen. Ich hab uns... Brauchst Hilfe? Ich hab nur im Spinnennetz gehangen, da war ein Skelett unten. Ich hab's überlebt. Hm. Da ist noch ein Creeper. Warte, lass den hochkommen. Ach, der ist schon tot. Doch weg! Ich hab immer noch nur einen! Ja, wenigstens hab's ich nicht gekriegt, oder? Ja, hast du recht. Links oder rechts? Rechts, oder? Da waren wir noch nicht. Vielen Dank. Kommst du? Bist du oben oder unten gegangen? Äh, ich bin nach oben gegangen. Also nach rechts. Warte kurz, bitte. Okay. Ja, warte kurz. Schon wieder ein Skelett. Muss noch kurz gehen, da kann ich leider nicht warten. Ja, da. Und? Ja, nein! Erstmal freuen, gell? Da unten ist Lava, da meistens gleich Obsidian draus. Wenn du dann endlich da wärst. Ja, Entschuldigung, ich hab noch Essen abgebahrt. Wo rechts? Ah, da rechts. Ah, da. Schon wieder die Babysprache. Ada. Komm her, komm her zum Beispiel. Ah, Minium. Jetzt mich eigentlich verarschen. Das gibt's. Das erinnert mich an die Kisten-Story bei Hunger Games. Ich weiß noch. Ja, das können die aber nicht wissen, denn das hab ich nicht aufgenommen. Ja, ist ja egal. Aber du weißt es noch. Und darum geht's. Es kann sein, dass wir dann nochmal kurz anhalten müssen. Kann das sein? Ja, ich brauch nämlich noch ein Eisenrand. Hier ist grad schön viel Lappys. Hm, das brauch ich nicht. Knochen. Du brauchst nicht zuvor der Bogen, oder? Das hab ich ihn auch da liegen lassen. Meine Skelette, äh, Troppen, halt nur Bögen und so ein Scheiß. Ich brauche. Und statt Miniumscherben. Nein, ich hab meine... Ha, ha. Oh, wenn wir jetzt in die Lauer geflogen werden, hätten wir uns aufkriegt. Ich suche nach dem Skelett, was ich da her... Okay. Warum ist das reingefallen? Mein Inventar ist voll. Leck mich doch. Warum? Pfeile brauch ich nicht. Alter, ich hab auch... Ich hab heute auch Glück, oder? Ja, warum? Glück in der Liebe, sozusagen. Ich hab schon wieder Diamanten gefunden. Nee, das gibt's nicht. Wir sind auf... Echt? Wir sind wieder auf Höhe 10. Na egal, die werden hier aufgeteilt. Ich hab mich da... durch die Wand... Das gibt's doch nicht. Schon wieder? Nein, jetzt nicht wieder, aber... Komm doch zu mir, da geht's noch weiter. Ja, ich hol jetzt hier erstmal das Obsidian. Ja, aber dann können wir... Gibt's in Techit eigentlich den... So ist da der Batpack-Mod? Oh, nee, Jetpack. Nein, Batpack. Backpack, genau. Batpack gibt's ja auch. Ja, aber ist da der Backpack-Mod dabei? Also Rucksack? Weiß ich nicht, schauen wir mal. Nein. Backplane gibt's. Aha. Hm, bis da? Nein. Ich will jetzt noch das eine Obsidian hier. 10 brauchen wir, oder? Und dann noch 2,5er Zauberungsstich. Dann mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, ich hab jetzt 12 Diamanten, das ist egal. Ich kann mir da nicht aufsammeln. Das kann ich wegschmessen. Irgendwas aus dem Inventar am besten. Du hast unglaublichen Spaß daran, unlustig zu sein, gell? Hm, und wie. So, wie viel hab ich denn? Acht Stück. Dann brauch ich jetzt noch vier Stück. Drei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Einen. Einen. Ich will jetzt nicht mehr. Wie, jetzt nicht? Ich will das nächste Mal weitergehen. Ach so, ist auch so, oder was? Hm. Aber dann komm noch schnell zu mir. Ja. Weißt du denn, wo ich bin? Ja, ich glaub, ich weiß noch. Ich komm gleich, ja? Eine Sekunde. Nein, es ist zu spät. Okay. Ähm, ich hab erst zwölf Obsidian. Das reicht für ein Portal und für einen Verzerrungstisch. Wo bist du denn? Äh, ich bin, wenn du da wieder zurückgehst, links gegangen. Oha, da ist ein Creeper in die Luft gegangen. Wo kam der her? Ha, was schmeiß ich weg? Ferris Ohr braucht man nicht. Nein. Wo bist du? Also, weniger als Redstone, oder? Ja, auf jeden Fall. Wo bist du lange? Jetzt bin ich an Diamanten vorbeigrennen. Ich back's nicht. Ich seh wieder ein Schleim. Au. Ne, doch nicht. Der hat mir nicht mehr Schaden gemacht. Super, alles in die Lava gefallen. Na? Ach, da. Wo bist du denn? Komm gleich, ich bin da weitergegangen. Wenn du von diesem Lava-Dings weg ist, links. Welches Lava-Dings? Dort, wo du das Obsidian geholt hast. Wenn du da wieder zurückgehst, links. Links. Ich muss nachher scheiß Spinnenwehme. Da links müsste Lava sein. Und da müsste irgendwas weggebuddelt sein. Und wenn du da hinkommst, dann müsstest du richtig sein. Komm aber wieder zurück, warte. Mal gucken. Wo war das nochmal? Du bist schon wieder zweit, du musst wieder zurückrennen. Ja, wo ich war. Ich will ja wieder zurück zur Lava, aber ich such die also für. Oh, aua. War das hier? Ne, das war hier nicht. Oh, noch ein Skelett. Sag mir mal deine Koordinaten. Warte, gleich. Wuhu, war das wieder knapp. Ähm. Hier ist andere Lava. Hier war ich. Hier waren wir überall schon, aber das ist nicht da, wo... Jetzt habe ich mich total verlaufen. Bleib stehen. Warst du bei einem Slime in der Nähe? Ja. Ich habe eben den Slime kaputt gehauen. Okay, da war nämlich noch ein bisschen weg. Warte, ich muss noch kurz zwei Zombies weghauen. Nein. Oh, scheiße. Was, bist du tot? Ja. Nee, oder? Nein, nicht tot, aber mein Schwert war weg. Ah, ein Minium. Super. Wie viele hast du jetzt? Ich habe jetzt sieben. Plus eins in der Kiste sind acht. Genau acht. Ich habe genau sieben, ich brauche noch genau einen. Meine Koordinaten? Hier waren wir noch nicht. Ja, sag mir deine Koordinaten. Plus, äh, 598. Warte, ich setze mir einen Weapon. Minus 298. Was? X, X. Also, Plus 598. Ja. Minus 296. Ungefähr. Ja, es reicht schon. Die Höhe brauche ich nicht. Doch, brauche ich wohl. 26. Ich habe gerade noch vorher deine Schrift gesehen. Wo ist der denn? Da hinten. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, wenn ich dich dann gefunden habe, kann ich dir helfen. Da ist ein Creeper. Wow, fast Lava. Und ein Skelett. Alte, bitte du. Ja, es ist gerade mein Herz weg. Noch ein Skelett. Zwei Herz weg. Ah, da. Du bist da unten. Ich sehe dich. Ja, ich dich nicht. Ich komme, der Dick. Der ist nicht Zombie. Nein, mein Schwert ist kaputt. Hilf mir schnell. Oh, danke. Da ist noch ein Zombie. Ja, komm, lass uns abhauen. Ja, schnell, wohin? Da oben. Hast du auch kein Schwert? Ahaha. Er filtert jetzt Zombie. Ja, komm. Ich will aber noch einen Minium-Stein haben. Jetzt komm. Eine Minium-Stein. Die können wir ja dann holen. Wir müssen uns neu in Sicherheit bringen. Ja, ich muss den hier noch kaputt haben. Der kommt uns sonst so nah. Was? Ist ja geil jetzt. Wir können ja dann noch... So, jetzt kommt uns keiner mehr hinterher. Ich habe die Erde nämlich wieder weggebuddelt, die Treppe. Warte, ich mache mir schnell ein neues Schwert. Warte, bleib stehen. Das ist ein Skelett. Denn das überleben wir sonst nicht. Wo sind meine Sticks hin? Wo sind meine Sticks? Nein, die habe ich alle zu Fackeln gemacht. Bin ich blöd? Ja, ist ja geil jetzt. Nein, ich brauche nur ein Schwert. Ja, mach auch gerne ein zweites mit, bitte. Wenn du noch genug. Ja, ja. Was? Ich muss aus Diamanten machen, ne? Nein, 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 nein. Ich habe kein Eisen. Ja, dann stelle ich das Ding auf. Mach. Doch, schon irgendwie Eisen rein. Äh, da kommt was. Bleib hier. Ja, ich bleib da. Ich weiß eh, wo wir hin müssen. Das ist gut. Ich schmeiß nur schnell den Ding weg. Ich mach den Waypoint wieder weg. Da hat es nämlich noch ganz viel Redstone und so geben. So, zwei Schwerter. Ja, wir haben aber genug. Mein Inventar ist schon lange voll. Ja, gut. Gut, dann gehe ich kurz, wenn du dann das zweite Schwert hast. Mein Inventar ist voll. Du musst das Eisen nehmen. So. Ich gebe dir ein Stick hier. Gut, danke. Ach, fühlt man sich doch schon ganz, wieder ganz viel besser mit einem Schwert in der Hand. Gut. Äh, du hast nicht zufrieden, noch Sticks? Ja, zwei Stück. Ja, kann ich die haben, ich brauche nämlich ein Pickaxe auch noch, damit ich das Teiler abbauen kann. Wir haben ja schon wieder zehn Minuten überzogen. Ach, ey. Ja, ist ja geil. So. So. Kann ich abbauen, den Crafting Table? Ja. Nee, du sammelst den ein. Ja, okay. Ich kann den gar nicht einsammeln. Nicht? Nein. Was kann ich wegkauen? Den Knochen kann ich wegkauen und die Pfeile kann ich wegkauen. Gut. Äh, ich gehe noch schnell da runter und... Ja, ich komm, ich... Wir haben ja gemerkt, was passiert, wenn wir uns trennen, ne? Ja. Darunter, da wäre das runtergegangen. Okay, da ist der Knochen. Hab ich zu dir? Ah, nein. Doch. Ach so, vielleicht bei dir. Ja. Da habe ich die ersten Diamanten gefunden. Okay. Hier kannst du schon mal Fakten schätzen, damit da nicht mehr so viele Viecher spannen. Und da hinten habe ich dann die zweiten Diamanten gefunden. Okay, cool. Da hinten, warte. Schon noch kurz die Kohle. Kohle ist immer wichtig. Da geht's dann nämlich... Oh, warum? Ah! Verdammt, wo ist die Fackel hin? Äh, ich könnte... Hilfe gebrauchen. Warte. Kildi. Wo denn? Wo bist du? Oh, da, ich sehe deinen Namen. Jetzt komm, was passiert? Creeper. Ich bin dann das Korrekt dran. Puh, jetzt werde ich fast in die Lava reingedringen. Das wäre es noch gewesen, wenn du jetzt in die Lava gefallen wärst. Oder das wäre es noch, wenn jetzt einer von uns auf dem Weg nach Hause noch sterben würde. Wo bist du hin? Ich wäre echt scheiße. In die andere Richtung anscheinend. Ich hole mir hier aber noch das Gold. Gut. Ja, ich... Oh, gar nicht hier ein Enderman. Ja? Ich sehe noch Whetstone. Ach, ich kann einfach nicht genug riechen. Oh, hier gibt so viele schöne Sachen. Notfalls müssen wir uns halt hochbringen. Ja, machen wir auch. Wir finden den Ausgang eh nicht mehr wieder. Also ich jedenfalls nicht. Wenn du das kannst, schön und gut. Also ich würde hier nie wieder aus der Höhle rausfinden. Ja, nicht. Was ein Glück, da bin ich wenigstens nicht der Einzige und du kannst es dann nicht überlusten. Was so ich bin? Ne, ich weiß auch nicht, wo du bist. Wo ich bin, meine ich. So. Irgendwo habe ich noch irgendwas gesehen. Hm, da, da müsstest du sehen. Ich hole noch da das Whetstone. Was sind diese eigentlich, diese schwarzen Saphire oder was auch immer das ist? Äh, Tankschen. Bringt das was? Nein, da kann man nicht mehr irgendwas draus machen. Ah, die ist. Einer. Spawn habe ich gefunden. Gut, bau ab. Ja. Das kann man nicht mal zu irgendeinem Ohr machen, das Zeug. So. Kann man überhaupt nichts draus machen. Ich meine, es soll einem Barren. Es ist wahrscheinlich noch VIP oder so, äh, WIP. Soll ich mal aufheben? Noch eine, hier? Und noch einer. Ne, kannst du weg tun. Noch zwei, drei. Viel Glück. Ich habe auch die erst gefunden. 15 habe ich jetzt. Nicht schlecht. Ja, specht. Äh, Ding. Lape's Lazuli. Nimm auch mit, ist auch gut. Ja, ja. Wir brauchen nämlich sechs. Wir sollten aber jetzt wirklich einen Cut dran machen. Warte, ich hole noch schnell die Kohle. Ah, das wird dann beim Hochlappen wieder dauern. Egal. Na, auf jeden Fall, äh, wir brauchen nämlich sechs Lapis Lazuli-Blöcke für ein Lab-Pack. Okay, ich habe 25. Ja, Stacks. Äh, ich meine, äh, Blöcke. Ja, aber Blöcke macht man doch. Neun, neun Lapis brauchst du voll. Ist ja nicht so viel. Das sind, glaube ich, zwei Stacks oder so. Wie man dafür braucht. Äh, gut, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ich würde eher nein sagen. Lustig was? Gut ist, gut ist, gut. Nächstes Geschenk. Nein, gar nix. Null ist passiert. Was machen wir eigentlich gerade? Machen wir jetzt gerade weiter? Nein, wir machen jetzt nicht weiter. Komm her, komm her, jetzt bitte. Boah, ist da viel Eisen. Ähm, ja, ich... Das geht schief. Noch ein Skelett! Sorry. Und mit diesem spannenden Ende, würde ich sagen, viel Spaß. Viel Spaß, danke. Aha, hole. Wir sagen, bis... Ach Gott, wir können... Merk schon, wir können schon wieder jetzt aufhören. Hm. Würde ich sagen... Würde ich zum dritten Mal sagen. Danke fürs Zuschauen. Ja, bitte. Meine Verjährung? Ja. Ich weiß, ich bin gut. Einfach immer noch weiter abbauen, ne? Das gibt's doch nicht. So, jetzt... Das ist aber jetzt das letzte. Okay, das letzte. Ach, da ist noch wetzt und ich muss auch noch mit. Ja. Dann stellen wir uns da ganz ruhig hin. Ja. Gut, soll jetzt aber irgendwas wegschmeißen, die Kohle hinten. Komm. Komm. Haha, ich wollte schon diese Kohle, der Abbau. Ja. Danke fürs Zuschauen, es hat sehr viel Spaß gemacht, dann. Das erste Mal bis jetzt. Und dann würde ich sagen, ja, bis morgen, oder? Ja, ciao. Ciao. Also, jetzt... Wir sehen uns too. technician. Wir sehen uns. Ändppo. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020